Servusle, grüßt euch! Willkommen zurück bei Subnautica, Leute! Ich bin gerade dabei, so ein bisschen zu gucken, wo ich die Sachen hinstelle, die wir erworben haben. Da haben wir ja nur einen Tischle und das andere war ja so ein bisschen verpackt. Kann man das da oben draufstellen? Pass mal auf, wenn ich die zwei so nehme und ich stelle die einfach hier so drauf. Pass mal auf, Kerzen gerade. Ja, super, das geht doch. Und dann hauen wir das Mikroskop hier noch irgendwie hin. Vorübergehend, ne? Wir werden natürlich noch mehr Sachen bauen. Da gibt es ja auch Regale und so. Gut, das sieht jetzt nicht ganz so toll aus hier. Kann man das nicht schöner da oben draufstellen irgendwie? Hallo? Wer will das hier? Was macht er denn jetzt? Entweder drehen oder nicht, Alterle? So. Ah ja, so in etwa. Das werden wir halt nochmal umbauen. Jetzt pass mal auf, ich würde gerne den Moonpool bauen. Habe ich mir überlegt, wir haben ja jetzt das letzte Mal das Bluebring gefunden dazu. Wir haben aber wahrscheinlich noch lange nicht alle Materialien. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich ein bisschen durchflutschen. Gucken, was uns fehlt. Das Zeugs ranholen. Scanner oder Lampe? Lampe. Jetzt pass auf, da wäre es mal interessant zu wissen, was brauchen wir denn? Das Energie... Machen wir mal das Ladegerät als erstes, ne? So. Computerchip, Kabelsatz, Glas und Titan. Glas und Titan hätte ich. Kabelsatz und Computerchip. Das muss ich natürlich wieder gucken. Gehen wir mal kurz rum um die Ecke. Jetzt ist ja unten wieder auf. Computerchip und Kabelsatz. Dann bauen wir das. Dann bauen wir den Moonpool. Ich habe auch noch einen Frack gefunden. Das habe ich auch schon mal markiert. Da hinten ist irgendwo die Boje. Genau, da gehen wir auch noch irgendwann hin. Entweder heute oder morgen. Also heute ist ja eine Zusatzfolge außerhalb vom Uploadplan. Von daher, pass auf. Gucken wir mal, dass ich nicht durcheinander komme. Kabelsatz. Brauchen wir zwei Silber. Ein Gold. Kupferdraht und Tischkorallenprobe. Kupferdraht kann ich doch schon herstellen, oder? Genau. Einmal Kupferdraht. Zwei Silber, haben wir gesagt. Ein Gold und zwei Tischkorallenproben. 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 Die werden wir gleich holen. Pass mal auf, wo waren die hier? Das ist doch alles voll. Gold und zwei Silber. Und dann können wir das Ding basteln. Dann haben wir schon mal das. Und dann müssen wir halt jede Menge Titanen jetzt ranholen. Wir brauchen nämlich Titanenbarren für den Moonpool. Und ich glaube, vier Stück waren das. Das heißt, 40 Titanenfarmen. Aber das sollte mit der Morde kein Problem sein. Äh, halt, stopp. Wo gehst du hin, Wautscherle? Wautscherle? Ah ja, ich muss Material holen. Hier habe ich jetzt erstmal nur zwei Glasröhren gesetzt bis jetzt. Ich möchte, dass es oberirdisch auf jeden Fall schön mit Glas gebastelt wird. Vielleicht trenne ich auch hier die Röhre weg. Und hoffe, dass ihr das als zwei Bases wertet dann. Wegen der Hüllenstärke, weißt du? Muss ich mal gucken. Jetzt gehen wir erstmal das Gold holen und die zwei Silber. Die sollte man nämlich haben, die Sachen. Gold haben wir auf jeden Fall. Und zwei Silber haben wir auch. Dann müsste das jetzt theoretisch... Brauchen wir doch gar nicht mehr rüber, oder? Jo, jetzt... Ne, doch, den Computerchip. Deswegen, den Fabrikator müssen wir hier reinsetzen. Das habe ich eigentlich machen wollen. Aber Energiezellen zu laden, halte ich erstmal für sinnvoller momentan. Weil wir ja mit der Morde auch rumheizen und so weiter. Also werden wir noch ein, zwei Sachen da drüben halt umwandeln müssen. Und sobald der Moonpool steht, kümmern wir uns darum, dass der Fabrikator unten reinkommt in die kleine Foyer-Werkstatt, die wir gebastelt haben, weißt du? So, jetzt freue ich mich erstmal, dass wir die Sache schon mal bauen können. Er wollte von uns einen Computerchip. Den bekommt er auch gleich. Da sind wir hip. Dann bauen wir einen Kabelsatz. Wo ist denn eigentlich der erweiterte Kabelsatz? Ist der jetzt hier nicht mehr drin? Den brauchen wir doch für den Moonpool bestimmt, oder? Schauen wir mal. Jetzt gehen wir erstmal eins bauen. Dann bin ich schon mal zufrieden. Dann können wir die Energiezellen da reinhängen. Ja, lade, mein Freund, lade. Vor allem entspann dich. Hallöle, 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 löle, löle. So, pass auf. Jetzt hau mal das Ding irgendwo hin. Ah, das war so... Dann würde ich fast sagen, wir machen das hier hin. Wenn er das hier... Alter, kann ich das hier nicht mehr hinbauen? Gut, dann müssen wir halt eine Wand opfern. Hier genau in die Mitte. Beziehungsweise unten. Nee, eins reicht. Eins hat schon immer gereicht, ne? So. Was ist? Habe ich jetzt ein Energieproblem hier? Nee, oder? Ist die Batterie jetzt gerade leer gegangen? Tatsächlich. Tatsächlich. Kein Problem. Ich dachte schon, ich habe schon wieder zu wenig Material, weißt du? So, Bau fertig. Baue es fertig, mein lieber Freund. Schwupp. Alles klar. Hier ist auch eine Energiezelle. Die kann ich mal reinmachen, dann weiß ich, wo sie ist. So, dann haben wir das Energiezellenladegerät hier auch schon mal. Ist das größer geworden? Auf jeden Fall sieht es besser aus wie früher, glaube ich. Hämmerle! So, jetzt wäre der Moonpool interessant. Weiter geht's. Das können wir dann auch noch... Ah, da fehlt uns noch ein Bestandteil. Alles klar, ich verstehe schon. Gar kein Problem. Der Moonpool wäre jetzt sowieso erstmal cooler und wichtiger. Hier ist er. Also, Schmierstoffe vier Stück. Erweiterter Kabelsatz. Ja, aber erweiterter Kabelsatz. Jetzt machen wir erstmal Titanbarren. Okay, pass auf. Inventar kurz checken. Guck mal hier, das habe ich auch noch nicht gesetzt. Das müssen wir auch noch kurz setzen. Dieses Behälterle hier. Kann ich das auf das Aquarium oben drauf setzen? Nö. Hier so vor das Aquarium. Man könnte ja meinen, das ist Fischfutter drin oder so. Schwab. Ja, super, man sieht es gar nicht. Egal, Hauptsache, es ist mal aufgehoben aus dem Inventar raus, weißt du. So. Kupfer. Eins, zwei, drei, vier. Wir haben ja fast kein Zeug. Jetzt pass mal auf. Ich werde den Kleider nicht brauchen, weil wir mit der Motte unterwegs sind. Dann haben wir mehr Platz. Wir brauchen auch die Geschichte dafür nicht. Dann würde ich fast sagen... So gehen wir jetzt mal los. Halt. Noch ein Käffel. So. Alles klar. Komm, Leute, Titan. Wir holen uns jetzt Titanbrocken. Jetzt ist die Frage... Welcome aboard, Captain. Jetzt ist die Frage, wo machen wir das am besten? Richtung Aurora. Da können wir nämlich gleich noch in diesen Dingern nach Kupfer suchen. Werden wir bestimmt auch noch veröfterst brauchen. Veröfterst. Er ist immer noch gefangen hier drin. Ich hole dich irgendwann raus. Und was wir auch brauchen, wenn wir sehen, ist Quarz. Ne, für oben. Für den Ausbau der Glasröhren. Ich will zumindest im unteren Bereich schon mal mit Glasröhren bauen. Da gucke ich jetzt natürlich hier, wenn ich irgendwas auf dem Weg sehe, nehme was mit. Hier zum Beispiel. So wie dieses, weißt du? Und da ist auch noch gleich ein Titan. Ein Titan, ne? Das packen wir jetzt alles ein. Zur Aurora müssen wir jetzt mal die Tage, habe ich mir überlegt, dass wir den Kofferraum holen. Mensch, erweiterter Kabelsatz. Was weiß ich da nicht mehr. Den hat es nicht angezeigt gerade, ne, Fabrikator. Den brauchen wir aber. Ohne erweiterten Kabelsatz. Kein Moonpool. Hier können wir natürlich jetzt auch rausgehen und scannen, habe ich mir gerade überlegt. Weil, wenn wir scannen, gibt es doch auch Titan, oder? Hier. Wurde bereits erforscht. Ja super, jetzt kommst du mal so, Alter. Geht es nicht mit jedem Ding. Alterra. Hier, das teile ich dir auch gerne. Verkaufsautomater. Der liegt nur auf dem Buckel. Den haben wir auch noch nicht gestellt, ne? Alles klar. Also das geht jetzt hier nicht mit jedem Teil, dass ich es einfach abscannen und mir das Titan rausziehe. Auch in Ordnung. Wieder was gelernt. Guck mal, was wir jetzt hier haben. Aurora Treffpunkt. Ey, was ist der Aurora Treffpunkt? Also was es ist, weiß ich. Aber warum haben wir den jetzt angezeigt? Da flitzen wir mal kurz hin. Haben wir noch Energie? Oh, 6% Energie. Wir gehen erstmal die Energiezelle wiederholen. Scheiße. Scheiße, scheißele, heisele. Hoppla, Entschuldigung. Gott, uns geht gleich die Energie leer und ich saus hier rum, weißt du. Freien Herzens. Ist hier ein Titan? Liegt hier irgendein Titan rum? Oder ein Quarz? Ihr könnt sagen. Ihr könnt es sagen, wenn ihr wollt. Ich hole die Energiezelle kurz raus. Jetzt muss ich gleich niesen. Haltet euch schon mal fest. Oder? Oder? Das Auge tränt schon. Das Auge tränt schon, Alterle. Ah, ich habe gesehen, dass sich die Klappe geöffnet hat. Krass. Ähm, die Energiezelle. Ah, ich hätte ja eigentlich... Ja, komm, wir tauschen die kurz. Dann hängen wir die gleich rein zum Laden, weißt du. Dann haben wir alles gut gemacht. Wie ich damals am Anfang nicht wusste, wo wir die Energiezelle wechseln. Von der Motte haben wir. So. Jo, ein Gleislicht angemacht, dass es verbraucht wird. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Kennen wir nix. So, mein Freundle. Jetzt wird es auch ein bisschen geräumiger hier und so ein bisschen gemütlicher, ne? Wenn da ein bisschen was drin steht. Finde ich schon gut. Haben wir den Kaffee eigentlich gekriegt? Nö. Den haben wir jetzt nicht bekommen, ne? Weil wir wegrand sind. Alles klar. So. Jetzt will ich kurz zu dem Aurora-Treffpunkt, dass es da auch mal weiter geht. Falls sich das dann auflöst. Und in die nächste Runde zuckt, weißt du. Oh. Nicht dagegen schrappen. So, pass auf. Pass auf. Oder soll man kurz in die Boje eintauchen hier? Das können wir natürlich auch machen. Dass wir kurz das Frack machen. Aber jetzt habe ich das Zeug fürs Frack nicht dabei. Ah, ist schon in Ordnung, Kollege. Ne, heute machen wir eine Farmrunde. Ist ja eine Zusatzfolge. Dann kriegen wir ein bisschen was geschafft, Leute. Und beim nächsten Mal, also wenn wir uns morgen treffen, dann machen wir die Frack-Geschichte da hinten. Und holen uns die Blueprints da raus, ne? So, komm. Quarz mitnehmen. Dann kriegen wir vielleicht auch noch die Röhre da gebastelt. Sehr schön. Sehr schön. Da unten, guck mal, da quarzt sich's eins, Alter. Das ist schon die komplette Röhre, die mir noch fehlt. Schönerei, Schönerei. Lala, den Moonpool, da kriege ich einen erweiterten Kabelsatz her. Ich weiß halt aber auch nicht mehr, welches Material das war. Das müssen wir uns dann in Ruhe mal angucken. Ah, das kommt normal automatisch. Wenn man das Ding bauen will, wird's schon irgendwann auftauchen. So, wie viel Quarz habe ich denn jetzt raus? Ein Glas, zwei Glas, drei Glas. Drei Glas, da fehlt aber doch noch eine Menge. Mindestens mal noch zwei Quarz, dass ich die zweite Röhre da oben bauen kann. Und die dritte. So, und Titan, 40 Stück. Da ist eins, das holen wir uns. Was ist das hier, das Vulkanding? Dann gehen wir da ein bisschen weg. Alter. Hol die Lampe raus. Da wird's jetzt heiß, ne? Ich sag's dir nur schon mal. So. Einmal. Zweimal. Ja, ja, ist gut. Stirbt mir nicht. Stirbt mir nicht. Guck mal hier noch nach Kupfer. Keins? Ne. Keine Kupferstelle da. Schade. Ist aber egal. Weiter geht's. Welches Material war das? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich kann doch normalerweise gucken, oder? Pass mal auf. Ich kann doch normalerweise gucken. Wenn ich hier hergehe, der erweiterte Kabelsatz müsste doch hier normalerweise drin sein. Hier. Gold und Computerchip. Ja, dann kann ich den auch bauen. Dann hab ich's bloß nicht gesehen. Dann hab ich es bloß nicht gesehen wahrscheinlich. Hier irgendwie. Titan braucht man, ne? Titan und Quartz. Titan and Quartz. Wie sieht's hier aus? Ich seh kein Quartz. Wir sind aber auch schon wieder fast an der Base. Ich muss mal in die andere Richtung zucken. Hier gehen wir jetzt lang. Da unten ist wieder ein Quartz. Das ist sehr wichtig. Für den Baseausbau. Kurz raus. Eingesammelt. Jawohl. Wieder rein. Alles klar. Ja, eine Farmrunde heute, oder? Hab ich mir gedacht, gehört ja auch zum Spiel dazu. Dass man sich seine Sachen besorgt. Und jetzt hab ich gedacht, dann nehm ich's gleich auf. Mach eine Sonderfolge. Ansonsten hätte ich's halt neben der Folge gemacht. Aber warum nicht? Weißt du, wir bauen ja auch ein bisschen was. Wir zuckeln ja weiter im Spielstand. Von daher kann das auch mit rein. So, stopp. Die Zeit vergeht halt immer so schnell. Dem, dem, dem. Jetzt hab ich, wie viel Quarz? Wir müssen nochmal, wir zählen's in Glas natürlich, ne? Ein Glas, zwei, drei, vier Glas. Vier Glas sind zwei Röhren. Das ist gut. Zwei hängen, zwei brauchen wir. Die Eckverbinder. Wir brauchen doch noch mehr. Wir brauchen jede Menge Zeug, Alter. Hier liegt wieder der Verkaufsautomat. Dann fahren wir jetzt mal noch ein Stück weiter raus. Halt. Hier Titan. Wie viel Platz hab ich noch im Inventar? Ja, wir kriegen auf jeden Fall noch zwei Zitane-Geschichten rein. Wo ist jetzt die Motte abgeblieben? Hier ist der Lichtkegel. Dann kann die Motte nicht weiter... Siehst du das in den Momenten? Da ist sie. Alles beleuchtet. Der komplette Meeresboden. Aber den Motte sieht man nicht. So. Weiter geht's in die Richtung noch ein Stück. Was haben wir hier? Hier ist wieder ein Quarz. Sehr schön. Na ja, dann verbauen wir das Zeug gleich zusammen. Machen noch eine zweite kleine Farmrunde. Dann haben wir doch schon alles. Uns fehlt halt... ...noch das Wissen darüber, wo ich den erweiterten Kabelsatz finde. Ich hab den nämlich... ...nächst hin dahin ist noch ein Quarz. Da ist auch noch eins. Stopp. Raus. Ist genau die richtige Uhrzeit. Beziehungsweise Tageszeit für Quarzfarben. Jetzt sieht man die Dinger wenigstens. Hier war noch eins. So, nochmal kurz ins Inventar. Ein Glas, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt holen wir uns noch ein Quarz. Dann haben wir sechs. Sechs. Aber... ...dann passt nur noch ein Titan rein. Motte? Motte! Motte, wo bist du da hinten? Also bis 20 Meter. Wenn man 20 Meter außerhalb von der Mode ist, dann sieht man das Zeichen. Muss ich mir auch merken. Ah, lala. Jetzt kriegen wir aber das Zeug jetzt nicht zusammen. So schnell, wie ich es dachte. Stopp. Langsam. Hier nochmal rumgebogen. Jetzt... Viel wichtiger wäre jetzt tatsächlich, dass wir noch ein Titan ranholen. Für die Barren, weißt du. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie sieht es denn hier aus. Hier ist doch noch was. Genau die zwei Sachen holen wir uns jetzt noch. Dann gehen wir mal zurück und verbauen das, was wir haben. Stopp. Perfekt. So ist es schön. Weißt du, jetzt haben wir nämlich das Energiezellen-Ladegerät vorgezogen. Das heißt, gerade so Farmrunden um die Base rum, überhaupt kein Thema mehr. Weil wir sind nämlich ziemlich schnell da und können die Batterie wieder wechseln. Weißt du. Das war schon nicht unwichtig. Hier kommt, das nimmt man noch mit. Und Titan passt eh keines mehr rein. Und es wird hell. Das heißt, die nächste Runde haben wir dann auch im Helm. Hier haben wir kurz gezuckt. Auch du sollst nicht leben ohne zucken. Ein kleines Spiel. Einen Quarz kriege ich noch rein ins Inventar. Dieses ständige Außen-Einsteigen. Ob das Ladeprobleme verursacht. Hier mit der neuen Animation. Da wäre jetzt ein Titan. Stopp. Da habe ich noch einen Quarz im Augewinkel gesehen. Du entkommst mir nicht. Zack. Okay, Leute. Dann gehen wir jetzt ganz kurz verhüten. Machen den Titan-Barren den ersten. Ich denke mal, das reicht für das. Machen Glas. Setzen kurz die Röhren dran. Insofern ich meinen Pool hier wieder finde. Und dann gehen wir raus. Wir brauchen halt noch jede Menge Material für den Moonpool. Aber hey, der ist wichtig. Den sollte man machen. Dann gehen wir wieder eine Runde Frack tauchen. Schauen den Aurora-Treffpunkt morgen an. Gehen das Frack ausräumen. Und dann bedienen wir uns wieder am Communicator für die nächste Location. Weißt du? So, stopp. Gehen wir jetzt hier direkt hin. Abgebremst. Licht ist aus. Perfektle. 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 Siehst du, der blinkt nämlich schon wieder, der Kollege. So. Was will ich? Ich will Glas. Und zwar komplett. Für den Base-Ausbau. Den Titan-Barren. Für unseren Moonpool. Sieht ihr mal den erweiterten Kabelsatz hier irgendwo? Ich sehe den hier nicht. Jetzt gucken wir nochmal gleich. Was ist denn das hier? Blaststahl-Bahn. Ist klar. Blaststahl oder Blaststahl? Ich habe immer Blaststahl gesagt. Blaststahl. Ne, Blaststahl halt. Blaststahl, ne? Blaststahl. So, weiter geht's. Wir glasen alles durch. Wenn wir Quarz brauchen, holen wir uns halt welches. Perfekt. Titan verhütteln. Durchjagen. Mehr oder weniger gewinnen. Alles klar. Von der Zeit sind wir gut. Ja, was kostet halt... Siehst du, da ist ja schon der erste Barren, den wir machen können. So, vielleicht können wir schon zwei. Dann würden uns nur noch zwei fehlen. Alter, haben wir einen Haufen Titan gesammelt. Grasomat. Also ein Titan-Barren ist auf jeden Fall drin. Hier haut es ihn gerade durch. Kriegen wir noch einen zweiten gemacht? Mit der letzten Energie. Haja, klar. Guckt ihr es an, Alter. Sehr schön. Kriegen wir noch einen dritten gemacht? Ne, ne? Ein dritter dürfte nicht drin sein. Oder? Ne, ein dritter ist nicht drin, aber das ist alles halb so wild. Jetzt pass auf. Dann lagern wir die hier oben ein. Dann wissen wir nämlich da Bescheid. Die Geschichte ist klar. Das Kupfer lagere ich jetzt auch hier ein, weil wir brauchen nämlich dann auf jeden Fall Kupfer, denke ich mal, für den Moonpool. Jetzt pass auf, weiter geht's. Der Fünfer hier rausgeschnappt. Richtung zur Base. Sehr schön. Hier will ich auf jeden Fall noch die Glasröhre dran setzen. Lum li lum, lum li lum. Jetzt ist die Frage. Au, das waren zwei Verbindungsstücke. Egal, egal. Es soll ja schön werden. Dann haben wir das. Und weil ich jetzt einfach Bock drauf habe, mache ich jetzt hier die Kurve hin. So. Genau. Jetzt dürfte das Glas verbaut sein, ne? Ein Glas haben wir noch. Jetzt will ich es kurz angucken. Ich trenne das, glaube ich, ab. Das soll in der Luft hängen. Das ist dann die schwebende Heimat von unserem Viechle hier. So. Weißt du? Das sieht halt schon geil aus, wenn das hier mit Glas gemacht ist. Hier, ne? Und dann kommt man hier praktisch in die Mähzweckräume, die genau hier drüber sitzen. Allerdings dann ohne den Wasserspiegeleffekt, der noch verpackt ist. Und dann, bup, in die Höhe. Und hier können wir uns noch überlegen, ob wir hier oder hier einen Mähzweckraum und dann, bup, in die Höhe. Müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir praktisch unten und oben eine Basis. So habe ich mir das vorgestellt. Ich lasse die jetzt aber mal verbunden noch. Das schauen wir uns dann später an. Jetzt, wie geht es weiter? Jetzt haben wir zwei von den Dingern. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier unser Teil rausholen. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Wir brauchen noch zwei Titanbanden. Schmierstoff ist überhaupt kein Problem mit der erweiterte Kabelsatz. Der war das Problem. Der erweiterte Kabelsatz. Hier. CPU. Also Gold haben wir auf jeden Fall. Einen Computerchip müssen wir bauen. Gold, Kupferdraht, Tischkorallenprobe. Weißt du was? Wir machen das jetzt einfach mal. Wir machen das jetzt einfach mal. Nehmen wir das Messer. Nehmen wir das Messer. Hol die zwei Tischkorallenproben. Sollen wir vier holen? Jetzt weiß ich es nicht. Wie viel hat er gesagt? Zwei. Zwei. Machen wir mal vier Stück. Dann haben wir ein bisschen was auf Vorrat. Tischkorallen. Wo seid ihr hier? Hier. Also. Eins. Zwei. Und. Drei. Und noch eine. Eine noch. Eine noch. Eine noch. Den Moonpool zu bauen wäre halt schon eine Geschichte. Wenn nicht machen wir das beim nächsten Mal fertig. Und ich farm nach der Folge jetzt die restlichen Mats ran. Weißt du? Das muss ja nicht unbedingt jetzt gleich so die Tischkorallenproben haben. Weil jetzt pass auf. Wir brauchen zwei Gold. Kupferdraht. Kupferdraht können wir machen. Das Kupfer habe ich oben eingelagert. Wir brauchen zwei Gold. Das holen wir uns jetzt hier raus. Das Gold. Und dann. Um nochmal ganz sicher zu gehen. Oder muss ich das hier herstellen? Ne. Ganz sicher zu gehen. Dann haben wir praktisch den normalen Kabelsatz. Computerchip. Gold hole ich jetzt raus. Kupferdraht haben wir oben. Dann haben wir den Computerchip. Das müsste dann gehen. So. Hängt jedes Mal an der Leiter da. Ich glaube die baue ich ab. So. Hier lang. Das kann man wahrscheinlich weg machen. Unter Wasser brauche ich es jetzt nicht unbedingt voll verglasst. Ich merke nämlich schon, dass die Base so ein bisschen vor sich hin zuckt gerade. So. Zweimal Gold. Ist gut. Weiter geht's. Raus. Wir essen kurz was. Das habe ich ganz vergessen. Aber zum Glück waren sie da immer. So. Hier lang. Nein. Hier lang. Doch stopp. Ich habe hier eine Melone ausgesetzt. Das letzte Mal. Hallo. Hast du gesehen. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr wo ich bin. Die will ich hier wieder rausholen. Die gehört ja hier gar nicht hin. So mein Freund. Ist die. Ist die. Und dann geht er rüber. Stabilizing ist gut. So was stehen wir nämlich unheimlich. Eins. Zwei. Jetzt fehlen hier zwei. Zack. Dann machen wir das so. Passt das was ich hier mache. Ich habe auch gelesen in den Patch Notes. Dass jetzt die Base nicht mehr zerstören kannst mit dem Messer. Also ich habe es jetzt noch nicht gezielt rausgefunden. Aber seitdem habe ich da auch nicht irgendwie die Base getroffen. So. Jetzt müsste das alles erledigt sein. Jetzt können wir hier raus Leute. Genau hier. Durch den Fischschwarm. Der durch unsere Base fliegt. Alles klar. Gar kein Problem. Ich habe natürlich jetzt immer hier den Finger auf der Shift-Taste gehabt. Das heißt er rennt da drin. Das kann natürlich dazu führen, dass es manchmal etwas unruhig zuckend ist. Weißt du. So wie mit meinem Bein als. So. Wir brauchen den Computerchip. Das war die Kunst. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall das Kupfer, das ich hier eingelagert habe. Kupfer hier rein. Zack. Zack. Dann machen wir den Kupferdraht. Dann den Computerchip. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. Und jetzt müsste der erweiterte K... Der ist er doch, oder? Ah ja. Habe ich nur ein Gold rausgeholt? Ah ne. Ich habe dafür noch ein Gold. Also wir haben jetzt aber das Teil. Das ist jetzt kein Problem. Das eine Gold könnte ich oben noch rausholen. Das heißt für unseren Moonpool, Leute, fehlt uns jetzt noch 2 Titanen, also 20 Titanen und 4 Schmierstoff. 4 Schmierstoff. Die können wir vielleicht noch zusammen machen heute. Dann haben wir die auch schon mal aus dem Küppel. Schlingen, Pflanzen, Samen, Büschel. Einer. Das heißt 4 Pflanzen, Samen, Büschel geben 4 Schmierstoff. Zwupp. Kurz hier rüber. Dann nehmen wir gleich noch das Gold mit auf den Rückweg. Oder fangen wir mit dem Gold an. Vielleicht habe ich Schmierstoff oben eingelagert. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Ist halt eine Rennerei mit dem Voucher, weil er sich einfach nicht genug mägt. So, wir haben noch Zeit. Vielleicht schaffen wir es doch noch. Man darf immer erst sagen, es hat nicht hinkauen in der Folge, wenn es hier rum ist, oder? So, Schmierstoff sehe ich aber jetzt hier keinen. Hier auch nicht. Aber ich brauche dieses Gold. Dafür bin ich jetzt hier reingelaufen. Das Gold, 4 so Böppel, die können wir uns draußen geschwünscht schnappen. Gehen wir auch hier direkt raus. Schmabbel die Mabbel und Rattel die Zattel. Jo, das hat sogar gereicht. Hammerle. Hammerle. Ja, super, Leute. Weißt du was? Wenn wir ein bisschen überziehen heute schaffen, vielleicht noch 20 Titan zu schnappen, dann bauen wir den Moonpool heute noch. Yay. Auf den letzten Drücker zwar, aber was soll's. Jetzt pass auf. Erweiterter Kabelsatz. Perfekt. Bin schon stolz auf uns, wie das hier flutscht, wenn wir wollen. Jetzt pass auf. Schmierstoffe, 4 Stück. Die bauen wir jetzt auch noch gleich hier. Dann haben wir das auch zusammen. Einer. Dann haben wir es bis auf 2. Wir brauchen, das schaffen wir jetzt noch. Das schaffen wir noch. Also merkt euch, wir brauchen 20 Titan. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir noch haben. Das ist das letzte Schmierstoffle. Dann sind wir glücklich. Oh ja. Jetzt pass auf. 4 Titan-Bachen brauchen wir noch, um den Moonpool zu bauen. 2 haben wir schon bereits vorbereitet. 1, 2, 3, 4. Zack, 1, 2, 3, 4, 5 Titan haben wir. 15 Titan brauchen wir. 4, 8 und 8, 16. Also brauchen wir insgesamt jetzt noch 4 so Dinger. 4 so Schrottteile. Und dann haben wir es. Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir. Und die Folge hat noch Zeit. Wart mal ab. Bereit? Seid ihr bereit? Der Endspurt zum Moonpool. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Das schaffen wir ganz locker. Oh, okay. Wenn wir natürlich jetzt noch ein bisschen Quarz unterwegs finden würden, wäre es eine coole Geschichte. Hier haben wir das Teil 1. 1 von 3. Schwupp, raus. Geschnappt. Da unten ist noch eins. Messer raus, falls es Blut erjährt. 2. Es fehlt nicht mehr viel. Noch 2 Schrottteile. Dann sind wir glücklich. Ey, Alter, kommen wir mal die Dinger auf, wenn wir schon hier sind. Hallo, Pieperle. Yo, sehr schön. Weil wir haben nämlich Kupfer gefarmt für was anderes. Ich weiß nur nicht mehr für was. Deswegen macht es Sinn, wenn wir wieder einen Kupfer ranholen. Was liegt denn hier noch? Das ist das Letzte. Ne, eins brauchen wir jetzt noch, Leute. Dann haben wir es. Kurz hier rüber geguckt. Nur noch ein Teil. Und wir haben es durch. Dann können wir den Moonpool bauen. Sehr schön, wie die Range hier hängt. Gefällt mir. Da ist noch mal so eine... Da ist noch mal ein Kupfer. Ja, ja. Kupfer. War Gold, gell? Egal. Da haben wir ein bisschen zu viel Mystik reingelegt. Jetzt ist es Gold geworden. Okay, also noch ein Titanteil. Und im Idealfall hätte ich gerne noch... ...ein Quarz. Dann können wir nämlich tatsächlich den anderen Bogen auf der anderen Seite noch basteln. Das wäre auch geil. Oder die Gerade. Ich glaube, eine Gerade fehlt auch noch. Also komm, machen wir einen Deal. Ein Quarz holen wir uns noch an. Und ein Schrottteil. Ein Quarz. Und ein Schrottteil. Es muss doch heute drin sein. Hallo? Ein Quarz und ein Schrottteil. Dann sind wir glücklich. Liebes Spiel, du willst doch, dass wir glücklich sind. Und... Sieht jemand was? Haben wir das jetzt hier alles so weit abgefarmt? Nee, oder? Hallo? Hallo Oberfläche. Grüß dich. Ha! Das war's, Leute. Der Moonpool ist schon mal unser. Müssen wir jetzt nur noch bauen. Jetzt gehen wir großzügig zurück und schauen wir mal, ob wir noch einen Quarz finden. Weil dann wäre ich echt total happy. Dann können wir beim nächsten Mal eine reine Adventure-Tour machen. Ohne großartiges Bauen vorher. Dann bereite ich so ein bisschen das Zeugs vor. Essen, Trinken, Entschuldigung. Entschuldigung, Kaninchen rochen. Das war nicht meine Absicht, dich so zu verletzen. Was ist denn das da hinten für ein Gebäude mit den vielen Stelzen? Das ist unsere Base. Alter, da haben wir vielleicht mal reingeguckt. Können wir da mal reingucken? Gibt's hier... Da, 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 da. Ich hab's. Leute! Es läuft. Es läuft. Oh, denkt dran, Voucher. Die hat schon mal einen Gracherfisch, die Motte zerstört. Raus. Einfach nur raus. Kurz orientiert. Wo ist die Base? Hier. Zittermitter. Hier will ich den Moonpool hinbasteln. Da, 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 da. Müssen wir jetzt noch irgendwas bedenken? Ja, wir müssen die Titanbarren machen. Stop. Raus. Herrlich. Herrlich, wenn's mal läuft, oder? Bin den Tag gespeichert. Löm. 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 So, pass auf. Titan. Viermal verhütten. Ein Glas müssen wir machen. Moonpool bauen. Noch kurz die Glasröhre setzen. Und dann bin ich happy. Aber sowas von. Und? Noch mal eins. Sehr schön. Dann brauchen wir dieses Glas. Yay. Und? Einer. Und dann noch einer, ne? Hoffentlich hab ich mich nicht verzählt. Hoffentlich hab ich mich nicht verzerrt. Doch, super. Alles klärle. Alles klärle. Die Materialien raus. Kurz nochmal nachgecheckt, bevor ich hier abhaue. Wow, wir kommen vorwärts. Alter, kommen wir vorwärts. Was ist hier rüber? Das muss alles rüber. Genau. Hier. Zeig es mir. Moonpool. Titan, Schmierstoff. Alles klar, Leute. Wir bauen. Wir gehen bauen. Dann freu ich mich. Und das hat noch in die Folge reingepasst. Das ist natürlich auch krass. Hier ist klar. Jetzt gehen wir mal ein bisschen zittert um die Base rum, ne? Kann das sein? Alter, wir müssen auch noch einen Zyklop bauen irgendwann. Bis ich hier meine Base aufgebaut habe, gibt es kein Material mehr für den Zyklop. Hier, das will ich so noch haben. Perfekt. Dann ist die Geschichte hier schon mal erweitert. Also auch hier, wenn wir demnächst Land sehen. Nö, nö, das geht schon noch. Das geht schon noch. Ist auch wieder recht warm heute, ne? Ich habe ja momentan so ein bisschen ein Rechnerproblem, wenn es zu warm wird. So, und hier der Moonpool. Hier der Moonpool. Nee. Ich möchte den Moonpool genau hier an diese Röhre. Alter. Passt es? Verbindet sich der Kerle? Nee, er verbindet, oder? Müssen wir mal gucken. Dann baue ich ihn gleich wieder ab. Komm, verbinde dich, bitte. Yay! Yay! Yay, yay! Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben unseren Moonpool. Und die Base wächst auch langsam. Das können wir jetzt abbauen als nächstes. Da hinten das kleine Ding. So. Herrlich. Schalala, schalala, lala. Schalala, schalala, lala. Es zittert auch ein bisschen. Hoppla. Hängen geblieben. So. Einparken. Schnick, 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 schnick. Sehr schön. Energie geht runter. Wie weit geht die runter? Nach Wochen ohne Kontakt mit Menschen ist ein psychologisches Unwohlsein normal. Forschungen zeigen, dass die Symptome durch die Anschaffung eines Haustiers oder Vermenschlichung eines unbelebten Objekts gemildert werden können. Ich weiß, was die beiden. So, siehste. Jetzt sind wir in unserer Basis. Im Verteilerraum, wo es überall noch hingeht. Nur nicht nach oben, weil es ein T-Kreuz ist. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir wieder was geschafft, Leute. Beim nächsten Mal machen wir aber nur Ausflug. Jetzt pass auf. Jetzt will ich mal ganz kurz was schauen. Ah ja, ist doch super. Ist doch super. Die Energiezelle lädt. Die vom Moonpool lädt natürlich jetzt auch. Ist klar. Die lässt sich da jetzt auch nicht lumpen. Hier geht es dann praktisch vor zur Motte. So sieht es gar nicht schlecht aus, wenn man sich das mal überlegt. Ah ja, ist okay. Ist okay. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut, Leute. Haben wir toll gemacht. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt tatsächlich Schluss. Wir sehen uns dann morgen wieder. Wochenendsfolgen kommen auf uns zu. Siehst du, hier ist auch der Wassereffekt. Aber hier stört er mich jetzt gerade überhaupt nicht. Es zittert ein bisschen. Ich merke es tatsächlich. Die FPS ist aber super. Das ist jetzt einfach spielcode-technisch bedingt. So, Leute. Bis morgen.